Hallo zusammen, liebe Freunde, liebe Besucher, liebe Kanalmitglieder, hier ist der Frank Choo von Elliot Waver Live mit einem überraschenden, ungeplanten und nicht angekündigten Livestream, der auch aufgezeichnet wird, weil das auch im Nachgang noch eine wichtige Rolle spielen wird hier. Ich werde jetzt zunächst mal hier meine Internetverbindung ein bisschen boosten, damit das schneller geht und hoffe, dass das auch was bringt. So, das war das. Also, was sehen wir hier? Okay, bevor ich das jetzt erkläre, gehen wir der Reihe nach vor. Denn es geht in diesem Livestream, sprich in diesem Video, was ich dann später zur Verfügung stelle, darum herauszufinden, wie man Signale, Trendumkehrsignale erkennen kann und wie man es nutzt, um die Enden der Impulswellen von Elliot Wave besser sehen, besser ermitteln zu können. Okay, was bedeutet das letzten Endes? Ich mache mal einfach Folgendes. Wir sehen hier die ganzen Instrumente, die ich habe, von DAX über Nasdaq, SMP und so weiter. Und hier seht ihr ein Setup. Einen Tagesschart vom DAX-Index, daneben einen 4-Stunden-Chart vom DAX, dort einen Stunden-Chart und hier einen 15-Minuten-Chart. So, das ist erstmal das Grundlegende. Dann gehen wir hin und erstellen erstmal auf jeder Zeitebene eine Elliot-Bellentzählung. Das zeige ich euch jetzt auch noch. So, das wäre jetzt sozusagen die übliche, das übliche Bild, wenn ich einen nackten Chart öffne, im Tagesschart für den DAX-Index. So, das erste, was ich mache, ist, ich mache meine Elliot-Bellentzählung da rein. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, das habe ich hundertfach gezeigt. Hier habe ich jetzt meine Wellentzählung. Laut dem Tagesschart haben wir unten eine 4 abgeschlossen. Es geht nach oben eine 1, eine 2. Der Rücklauf der 2 ist nicht besonders, spielt aber für das, was ich jetzt erkläre, erstmal keine große Rolle. Es geht hoch in die Welle 3. Das gleiche mache ich und habe ich hier auch schon gemacht für die anderen Charts. So, die sehen also genauso aus. Der einzige Unterschied ist der, dass die andere Zeithorizonte haben. Wir haben 4 Stunden, Stunde und 15 Minuten. So, und wir haben hier andere Bars, die unterscheiden sich. Was machen wir jetzt? Ein Beispiel. Ich bin im Tagesschart des DAX-Index und ich möchte jetzt herausfinden, wann ist denn hier wieder eine Welle vorbei und wann kommt eine Trendumkehr. Üblicherweise ist es so, dass ich sage, okay, eine Welle 3 würde statistisch im Idealfall 161,8% Ausdehnung haben. Wäre der Idealfall. Aber es sind ja komplett andere Ausdehnungen in der Welle 3 möglich. Das, was wir jetzt hier sehen, ist auch lediglich die Welle 3 der Welle 3 und ist noch lange nicht die endgültige Welle 3. Also, jetzt kann ich nur mutmaßen, hier in diesem Chart, irgendwo hier könnte das zu Ende gehen. Aber Impulswellen haben die Eigenschaft, die können extendieren. Die Welle 3 besonders, also weiß ich das nicht. Jetzt suche ich mir ein Hilfsmittel. Mein erstes Hilfsmittel ist in dem Fall, dass ich den Chart auf einen Heiken Aschi-Chart umstelle. Ich will das jetzt gar nicht in der Tiefe erklären. Er sieht aus wie ein normaler Candle-Chart, wurde im 18. Jahrhundert auch hier von einem Japaner erfunden. Aber der Unterschied ist der, dass er das Marktrauschen, das Kursrauschen rausnimmt und sich in mancherlei Hinsicht von einem normalen Candle-Chart sehr deutlich unterscheidet. Der hier kennt nur zwei Dinge. Das eine ist weiß, steigend, schwarz, fallend. So, und dann können wir schon mal Folgendes machen. Wir gehen hin und säen hier uns die Kerzen an. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel hier unten. Hier war das Tief. Stellt euch vor, wir wären jetzt hier irgendwann im September oder im Oktober da gewesen und hätten geschaut, wie dieser fallende Trend weiterläuft. Hier lief der weiter, dann ging er kurz hoch. Die Mars bzw. die Candles wurden weiß und dann geht er weiter runter. Runter heißt schwarze Kerze. So, und dann plötzlich sehen wir, die letzte Kerze hier, jetzt mache ich das nochmal größer, hat nur noch einen ganz, ganz schlanken Kerzenkörper und hat einen langen Docht und eine lange Lunte. Okay? So, jetzt wissen wir, Achtung, hier geht das Volumen raus. Hier, hier, der Markt, der Markt schwächt sich ab. Hier war der Kerzenkörper noch recht lang. Hier wird er etwas kürzer. Hier wird er noch kürzer, noch kürzer. Und hier plötzlich eigentlich nur noch ein Strich. Ja? Und jetzt passe ich auf. Jetzt lege ich mich auf die Lauer und in dem Moment, wo ich sehe, dass eine Candle hier unten ohne Docht ist, eröffne ich meinen Trade und setze meinen Stop einfach hier unter das letzte Tief. Also unter den tiefsten Punkt dieses Striches hier. Da setze ich meinen Stop hin. So, was mache ich dann? Das tue ich jetzt einfach mal so. Ich hätte jetzt hier meinen Stop gesetzt. An dieser Stelle wäre ich jetzt eingestiegen. So. Das wäre, das ist jetzt rein hypothetisch. Ja, das hat noch gar nichts zu bedeuten im Moment. Das ist rein hypothetisch. Und nun sehe ich, okay, der Markt, der steigt. Er geht aber auch hier wieder runter, aber nicht mit einem großen Momentum. Und ich bin auch noch nicht ausgestoppt worden. Also warte ich noch ab. Wobei unter Umständen ich auch schon mich entschlossen hätte, hier bei Wechsel zu schwarz rauszugehen. Das ist aber jetzt nicht der springende Punkt. Deswegen gehe ich da nicht so weit drauf ein. Dann wäre ich hier wieder eingestiegen. Der Einstieg passiert immer dann, wenn die erste Kerze entsteht, die unten keinen Strich mehr hat. Das ist mein Einstiegssignal. Und das hier ist ja auch kein klassisches Falschsignal. Er hat sich nur, also es hätte ein Falschsignal sein können, wenn er runter unter den Stopp gelaufen wäre. War er aber nicht. Er hat sich dann hier wieder gefangen. Okay. Und dann ging der Trend weiter. Hier war dann die erste Kerze wieder ohne Dort und so weiter und so weiter. Hier wäre ich zwar jetzt schon hellhörig geworden an diesen Kerzen hier. Aber solange das nicht in schwarze Kerzen umspringt, die plötzlich einen Abwärtstrend hier in Gang setzen, bleibe ich im Markt. Und auch hier noch. Und gehe dann weiter. Und so habe ich, hätte oder hätte ich hier unten die Welle 5 schön handeln können. Wahrscheinlich wäre ich hier oder da oder hier aus dem Markt gegangen. Da das hypothetisch ist, macht es jetzt im Moment eigentlich wenig Sinn darüber zu debattieren. Jetzt ist ja die Frage, was mache ich hier oben und was kann ich jetzt erkennen? Im Moment erkennen wir, dass wir im DAX Index im Stundenschart, im Tagesschart immer noch in einem intakten steigenden Trend sind. Die Kerzen, die zeigen uns noch nicht, dass hier der Trend zu Ende ist. Zumindest im Tagesschart nicht. Der Tagesschart ist der erste, den ich mir anschaue. Dann gehe ich in die nächst kleineren rein. Das ist der Vierstellenschart. Dort sehe ich dann aber schon erste Anzeichen einer Umkehr. Aber Achtung, es ist noch ein wenig früh. Hier zum Beispiel mit dieser Kerze hier, da müssen wir erstmal die nächste Kerze abwarten, die eventuell jetzt nochmal ohne Lunte erscheint. So, aber wir sehen hier schon ein erstes Umkehrsignal. Hier hat auch mein Algorithmus bzw. meine LJ-Wellenzählung eine Welle 1 hingesetzt. Und genau danach sehen wir dann auch hier diese Trendumkehr. Das heißt, das hier bestärkt uns jetzt da drin, dass die Welle 1 hier abgeschlossen sein könnte. Das ist noch keine Bestätigung, aber es ist schon mal ein deutliches Indiz dafür, dass hier die Welle 1 hier oben richtig steht. Das können wir jetzt schon soweit sagen. Wir erwarten hier die Welle 2. Unter der Voraussetzung, dass die Zählweise stimmt, dürfte dieser Abwärtstrend, den wir jetzt hier in den Anfängen erleben, nicht allzu weit laufen. Das würde sich dadurch zeigen, dass die einzelnen Kerzen nicht allzu lang werden würden. Je länger die werden, desto mehr Momentum ist da drin und desto mehr Kraft hat der Trend. Hier sehen wir, dass die jetzt wieder schwächer geworden sind. Also müssen wir jetzt erstmal schauen, ob hier nochmal eine weiße kommt und dann erst eine schwarze kommt. Nur wir sind hier an einem Punkt, wo gerade sich etwas anwarnt. Aber es könnte ja auch nur sowas werden hier, wie da. Also wir haben noch keine Bestätigung. Wir nehmen also die LJ Wellen und können damit schon mal eine Grundvermutung anstellen, dass der Markt wahrscheinlich nochmal runterkommt. Und wir sehen anhand der Kerzen, ob dem denn auch so ist und ob wir hier Signale dafür bekommen, dass das weiter runter geht. Jetzt schauen wir das noch Flux an. Hier im Stundenschart. Da sehen wir hier oben auch die Welle 1. Hier erwarten wir eine Welle 2. Der hat jetzt erstmal hier eine Welle A gemacht mit schwarzen Candles. Eine Welle B. Aber da ich hier nur eine Korrekturwelle erwarte in LJ Wave, könnte jetzt in der Welle C nochmal ein Trend entstehen, der aus einer ganzen Reihe von schwarzen Candles besteht, weil das die stärkere Welle ist hier. Aber durch LJ Wave sehe ich, sofern die Zählweise stimmt, dass wir hier vermutlich eine Korrektur vor uns haben. Das heißt, hier ist meine Euphorie direkt etwas gebremst und ich erwarte jetzt hier erstmal nicht irgendwie sowas wie das hier. Ja, denn das zeichnet sich jetzt im Moment noch nicht ab. Das hier ist also mein erster Hinweis. Okay, Korrektur in der Welle 2. Aber ich kann mich ja auch verzählt haben oder der Algorithmus, der das in dem Fall für mich ja gemacht hat, den habe ich jetzt einfach teilbar genommen. Der kann sich verrechnet haben, aber ich habe einen Indiz. Ich erwarte eine Welle 2. Und dann kann ich später wieder sehen, wo die Welle 2 zu Ende geht. Wenn nämlich jetzt tatsächlich der Kurs nach unten marschiert und wir bekommen dann eine Reihe von Candles, so in dieser Art oder so in dieser Art, die dann einfach schön voll und lang werden, bis hier unten gehen, dann sollte hier unten wieder eine Kerze kommen. Sowas ähnliches wie hier oben dann, hier an dieser kleinen Stelle, wo die ganze Geschichte dann ausläuft. Das kann jetzt hier sein beim optimalen 61,8 Retracement. Aber da wir das ja nur mit statistischer Wahrscheinlichkeit sagen können, dass die Welle zwar bei 61,8 Retraced, haben wir dann hier sozusagen den zweiten Nagel eingeschlagen und sichern damit unsere Sichtweise ab. Denn wir sehen anhand der Kerzen anschließend, wo denn tatsächlich das Ende sein wird. Die kann ja auch bei 50% drehen, bei 61,8, bei 78,6, bei 88,7 oder oder. Wir erkennen dann das Ende und dann bekommen wir wieder sowas hier. Dann wird an irgendeiner Stelle hier unten, das heißt, wir warten jetzt, bis das passiert, bis die erste weiße Candle kommt ohne dort. Und bei der zweiten, wir lassen die erste sich ausbilden. Und bei der zweiten setzen wir unser Kaufsignal und setzen anschließend dann den Stopp unter das Tief, was hier gemacht wurde. Unter den letzten dort. Okay, beziehungsweise eigentlich können wir das unter diese Kerze setzen. Hier unten, diesen Boden, so einer solchen Kerze dürfte der nicht mehr unterbieten. Man kann ihn hier setzen, aber man kann auch, wenn man nur ein paar Pips haben möchte, den schon hier setzen. Dann hat man schon einen guten Einstieg. Wenn man dann rausfliegt, dann handelt es sich echt nur um Kleingeld und nicht um große Beträge. Und so können wir die LJ-Wellen schon mal wesentlich besser bestimmen. Wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Das heißt, die Umkehrpunkte, denn die können wir hier nur erahnen. Da haben wir eine Range zwischen 50 und 78 zum Beispiel. Und mithilfe der Candles sehen wir dann schon rechtzeitig, wo der Markt anfängt, Schwäche zu zeigen und wo er umkehrt. Diese Candles haben die Eigenschaft, das Marktrauschen zu entfernen. Die sind geglättet. Das heißt, ihr dürft jetzt einen Fehler nicht machen. Diese Candles, ihr dürft die nicht mit den normalen Candles vergleichen. Heiken Aschi ist eine eigene Art, weil die werden anders berechnet und die nehmen auch Kleinkorrekturen raus. Die Kurse werden geglättet. Das heißt, ihr müsst wissen, dass ihr hier nicht an jeder Stelle, gerade da, wo stärkere Bewegungen sind, die originalen Kurse habt. Es gibt kleine Abweichungen. Die dienen dazu, um jeden Trend zu identifizieren und ihn vom Tief bis zum Hoch oder vom Hoch bis zum Tief so gut wie möglich mitzunehmen. Das ist die eine Methode. Und hier im nächsten Chart, der 15 Minuten Chart, da kann ich das zwar auch noch begutachten, aber der dient im Grunde genommen, das ist mein Execution Chart. Das heißt, auf dem Chart, da führe ich anschließend dann, ich schaue nochmal drauf, wie sind hier dann die Candles, aber hier führe ich meinen Trade aus. Das heißt, ich analysiere erstmal den großen Trend, den mittleren Trend, den Stunden Trend und auf den höheren Zeiteinheiten, zum Beispiel einem Stunden Chart, funktionieren diese Heiken Aschi Candles am zuverlässigsten. Man kann auch Intraday Trading damit machen, das geht, aber sie sind zuverlässiger hier in den größeren Zeiteinheiten. Deswegen habe ich vier Chartfenster und kann auf diese Weise in jedem Markt sehr schnell sehen, erstmal, wo geht meine Welle hin und wie steht es um das Ende dieser Bewegung. Und damit habe ich ein ganz deutliches Signal, wo der Kurs anschließend hingehen wird. So, aber jetzt mache ich noch was anderes. Jetzt lege ich mir noch ein weiteres Instrument da rein, und zwar einen Ishimoku Kinko Hiyo. Und was der macht, ist nochmal speziell. Den habe ich jetzt hier drin, ich mache den auch da rein. Und das sieht jetzt schon fast aus wie eine Wetterkarte. Aber das soll euch jetzt nicht abschrecken, Leute. Das soll euch nicht abschrecken. Das soll euch einfach nur zeigen, oder ich erkläre es vielmehr, was hier passiert. So, gerade habe ich erklärt, ich mache nochmal jetzt, ich nehme jetzt mit der Einfachkeit habe den Stunden Chart. Ich habe eben erklärt, hier sind meine LJ Wellen, hier erwarte ich eine 2 und hier erwarte ich eine 3. Ich habe eben erläutert, dass anhand der Heikin Aschi Kerzen wir genau sehen können, wo die Umkehr erfolgt. Hier oben war eine 1 zu Ende. Dann wurde der dort schwarz. Hier steigt man noch nicht ein, weil wir hier kein glattes Top haben. Hier schaut noch die Lunte raus. Das heißt, hier haben wir den ersten kleinen. Der ist aber noch ein bisschen klein. Man lässt den ausbilden und geht dann beim nächsten rein. Hier wäre ich eingestiegen bei dem. Dann macht er das hier. Das ist kein Grund, jetzt panisch zu werden, weil hier passiert noch nichts. Und wir hätten einfach den Stopp kurz hier drüber gesetzt. Einfach direkt über den letzten. Ganz knapp, ganz knapp. Und dann ging es tatsächlich von der Welle 1 in die Welle 2 bzw. in die Welle A der Welle 2. Ja, das machen diese Candles. Und jetzt bin ich hingegangen und habe noch einen weiteren Indikator hinzugenommen. Der ist ein bisschen speziell. Also Ishimoku, Kinko, Hiyo, gibt mir auf einen Blick alle Informationen, die ich zum Markt brauche. Ich werde den jetzt nicht im Detail erklären, weil das sind weitere Videos, die zu diesem Thema noch kommen werden. Hier sehe ich zunächst mal, man nennt das Wolken oder auch Clouds. Ja, okay, eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Ich muss hier gerade mal eben was machen. So, da habe ich es. Also folgendes. Wir sehen hier verschiedene Linien und wir sehen diese Cloud hier. Eine grüne Cloud bedeutet, das ist eine Kumo. Kumo ist das japanische Wort für Wolke. Die grüne heißt, wir sind in einem steigenden Trend und die rote, wir sind in einem fallenden Trend. So, wir haben hier zwei wichtige Linien, das ist die rote hier und das ist die lilafarbene hier. Die haben auch den Namen, die heißt hier Tenkan Sen. Das müsst ihr euch nicht merken jetzt. Und das ist die Kijun Sen Linie. So, in dem Moment, wo die rote Linie, ich sage jetzt nicht mehr Tenkan Sen und Kijun Sen, ich sage jetzt nur noch rote und violette Linie oder sowas. In dem Moment, wo diese rote Linie von oben die violette Linie durchbricht, bekomme ich einen ersten Hinweis auf einen Trendwechsel nach unten. Und in meinem Programm macht er mir auch automatisch ein rotes Dreieck für ein Verkaufssignal. Das ist nur ein erstes Indiz. Das ist noch nicht die Sicherheit, dass das passiert. Denn der nächste Punkt ist, diese Linie, die blaue Linie, die nennt sich Chico Spun Linie, wie die gebildet wird, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Weil das ist ein Workshop Thema. Wenn diese Linie hier, die ist um 26 Tage versetzt in die Vergangenheit, die macht den jetzigen Kurs, schiebt die nach 26 Tage zurück hier hin. Wenn die von oben diesen Kurs hier durchbricht, wo die gerade bei ist, da ist die gerade dabei, dort erhalten wir ein zweites Signal. Neben dem ein zweites Signal. Diese Wolke wird also aus zwei Linien gebildet. Es ist die rote Linie oder die grüne Linie, die Senku Spun Linie und es ist die Senku Spun A und Senku Spun B Linie. Und dort, wo die Oberseite ist, haben wir jetzt eine Support Zone. Das heißt, hier setzt der Markt erstmal auf. Unten ist eine zweite Support Zone. Das heißt, ich habe auch gleichzeitig Unterstützungen und Widerstände in diesem einen Bild, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Linien noch brauche. Das macht mir alles dieser Ishimoku, Kinko, Hiyo. Und je dicker der Raum dazwischen ist, desto dicker ist auch das Brett, was der Markt bohren muss. Daran können wir sehen, dass hier ein verhältnismäßig starker Widerstand ist. Eine starke Unterstützung ist. Entschuldigung, hier ist es dünn, hier ist es dünn, hier war es dünn und auch hier. Das heißt, das hier ist wirklich ein dickes Brett für den Markt. Das heißt, erstes Signal, der rote Pfeil in dem Fall. Die rote Linie geht von oben nach unten durch die violettfarbene Linie. Der blaue ist gerade dabei. Wir sehen, wir befinden uns jetzt in den Anfängen eines Trendwechsels, der sich aber noch bestätigen muss, indem der Markt erstmal hier eintaucht. Während der Kurs, das könnte ja morgen passieren, hier eintaucht und er befindet sich innerhalb dieser Wolke und geht weder hoch noch unten wieder raus, sind wir in einer Phase, in der man nicht handelt. Sondern erst, wenn er nach oben ausbricht, dann sehen wir wieder anhand der Heikin Aschikerzen, ob wir es wieder mit weißen Kerzen mit einem Trend zu tun haben und ob diese Indikatoren auch drehen. Und dann können wir mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir dann einen starken Aufwärtstrend kriegen, wenn die alle zusammenfassen. Oder aber, wenn der Markt nur hier so langsam reingeht und sich lange auffällt, ist der schwach. Wenn der aber durchgeht wie ein Messer durch die Butter, dann hat der Kraft. Dann kommt er unten raus und dann haben wir die letztendliche Bestätigung dafür. Und dann haben wir auch die schwarzen Candles. Wir haben dann das Signal, der blaue, der wird hier durch sein. Dann haben wir die absolute Bestätigung für einen Abwärtstrend. Okay, und je weiter dann diese rote Linie vom Kurs sich entfernt, also nicht nah dran läuft, sondern weiter von weg läuft, desto stärker ist der Trend. Das heißt, wir haben hier ein Bild und ihr werdet das insofern lernen, ohne dass ihr jetzt Bücher lesen müsst oder irgendwas aus der Schublade kramen müsst, weil ich bei allen meinen zukünftigen Livestreams und Analysen euch genau diese Punkte immer wieder, immer wieder bis zum Erbrechen sagen werde. Und wir werden uns einfach jeden Markt, an jedem Tag quasi in unseren Livestreams, die jetzt nur noch für Kanalmitglieder sind, anschauen. Und dann gehen wir die nächste Meile. Wir gehen den nächsten Schritt. Das hier wollte ich nicht generell mit allen teilen. Das ist zwar jetzt öffentlich, was ich mache, aber ich zeige jetzt nicht die darauf basierenden Analysen. Das habe ich mir jetzt aufgespart und das werden wir dann vertiefen. Denn dann haben wir nicht nur die Elliott-Wellen mit ihren wahrscheinlichen Zielen, sondern wir können diese Ziele dann auch endlich festmachen. Und wir haben ganz klare Indikatoren mit einer Wahrscheinlichkeit, die Richtung 90% geht anschließend. Und dann können wir mit sehr kurzen Stops diese großen Bewegungen handeln. Elliott-Wave gibt uns das Big Picture. Der Heikin Ashi mit den Kerzen gibt uns den exakten Zeitpunkt. Und der Ishimoku Kinko Hiyo, der gibt uns die weiteren Indikatoren, die wir brauchen, um dann die Entscheidung für einen Trade zu treffen. Wir können also von da ab mit knappen Stops arbeiten und mit hohen Wahrscheinlichkeiten, dass wir die Trendrichtung finden. So, das ist das, was jetzt hier auf Elliott-Waver Live gezeigt wird. Man kann das auch ganz schnell wieder abschalten, wenn es mal stört. Das ist also kein Problem. Aber ihr werdet erst im weiteren Verlauf bemerken, wie groß die Hilfe und die Unterstützung davon ist, wenn wir es richtig anwenden. Wir können auch Alarme setzen, dass der uns automatisch sagt, beziehungsweise dass uns die Software automatisch darauf hinweist, wann was passiert ist. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn die sich kreuzen, machen Alarm. Oder wenn er den durchkreuzt oder wenn der blaue durch den Kurs geht. Alles das kann man machen. Und wir heben unser gesamtes Trading oder unser ganzes Trading Setup auf eine völlig neue Ebene. Die Ergebnisse verändern sich dadurch. Und ich nehme ein Beispiel, was immer beliebt ist, das Natural Gas. Ja, das Gas. Warten wir mal ab. Der dauert ein bisschen hier, der ganze Markt. Der hat seinen Study verloren. So. Da ist die Frage, der geht jetzt schon so lange runter in den Keller. Wann ist denn da unten Schluss? Und jetzt kann ich sofort sagen, nachdem ich das hier nochmal kurz ausgebessert habe, der vergisst manchmal die Einstellungen, wenn man das Fenster geschlossen hat. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Stundenchart. Da haben wir, ich mache das mal jetzt nicht groß. Da haben wir hier schwarze Bars. Oder ich mache es doch mal groß vielleicht. Da sieht man es doch ein bisschen besser, glaube ich. Da haben wir die schwarzen Bars. Hier haben wir unten die Welle 3. Und im Moment ist es so, dass wir hier zwei weiße Bars haben, aber noch kein Trendsignal. Die Wolke ist rot. Das heißt, wir sind, das ist jetzt kein hundertprozentiges Signal. Das ist für mich, die Wolke ist für mich ein Filter. Das ist ein Filter für mich. Aber der zeigt mir anschaulich, visuell, okay, da ist er nicht durch. Der nächste Punkt ist der, was ihr jetzt aber sehen könnt. Hier kommt die rote Linie. Unten hat die ein Verkaufssignal ausgelöst. An dieser Stelle. An dieser Stelle wären, da waren wir durch die rote Wolke durch. Der blaue war schon durch den Kurs. Die Kerzen standen auf schwarz. Hier wären wir eingestiegen und hätten die ganze Schose mitgenommen. Und ich wäre jetzt nicht hier unten aufgrund des Farbwechsels der Karte ausgestiegen, weil alle anderen Indikatoren mir noch sagten, okay, es ist noch gar nicht vorbei unten. Denn in dem Moment, wo die rote Linie nicht nur die Violette durchbrochen hat, sondern auch noch durch den Kurs geht, verstärkt sich das Ganze ja dann nochmal. Das heißt, hier müssen wir jetzt aufpassen. Da geht es noch weiter runter. Wir haben noch kein Trendumkehrsignal. Das heißt, wenn ich jetzt meine bekannte Welle 2 da unten einziehe. Wo sieht man die eigentlich? Der hat ja irgendwo gedreht. Ich muss mal schauen, ob die hier irgendwo überhaupt zu sehen ist. Hier hat er schon im Auto LJ-Wave gedreht. Da hat er schon gar keine 2 mehr unten. Da geht er schon davon aus, der Markt sei durch. Also gehe ich jetzt mal behelfsweise im Tagesschart dahin. Und da haben wir das gleiche Phänomen. Das heißt, hier seht ihr es auch. Im Tagesschart ist der Trend absolut intakt. Wir sind weit von der Wolke weg. Alle Wolken sind durchbrochen. Alle Bars sind schwarz. Der Rote liegt unter dem Violetten. Der Blaue ist schon lange oben durch den Kurs durch. Hier ist kein Ende in Sicht. Ein erstes Indiz bekommen wir an der Stelle, wenn der hier unten, wenn das Momentum kleiner wird. Hier, der Bar hat ein, oder diese Candle hat ein großes Momentum. Hier, alles noch gut. Hier, wir wären hier oben eingestiegen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Hier hätten wir vom Ishimoku Kinko Hiyo das erste Signal bekommen, aber hätten gewartet, weil die Bars noch weiß sind. Aber hier hat der Rote den Violetten durchbrochen. Also es gibt ein Signal. Und nächste Regel oder nächster Filter. Achtung, wir sind noch in der Roten Wolke. Also warten wir. Und just in dem Moment, wo der Kurs die Rote Wolke verlässt, haben wir den ersten Bar hier gemacht, der schon rausragt. Wir warten dann den ersten Bar immer ab und steigen mit dem zweiten Bar in den Markt ein. Genau an dieser Stelle wären wir eingestiegen. Das hätten wir mit Elliot Wave nicht hinbekommen. Wir wissen ja nur, aufgrund von Elliot Wave, die Richtung und die ungefähre Ausdehnung, wobei in den Pulswellen unterschiedliche Ausdehnungen immer möglich sind. Aber hiermit haben wir Indikatoren. Der ging an dieser Stelle genau zu diesem Zeitpunkt durch den Kurs durch. Der Kurs ging durch die Rote Wolke. Die Candles, die stehen auffallend. Wir wären genau hier an dieser Stelle. Hier hätte ich das Signal für euch gegeben. Hätten wir jetzt auch zu diesem Zeitpunkt vor dem PC gesessen und es auch gesehen. Man kann ja nicht alle Märkte zur gleichen Zeit beobachten. Aber das setze ich jetzt mal voraus. Und ihr könnt das hier, dieses Setup, auch in euren Trading Plattformen einstellen. Die meisten von euch oder sogar alle sind bei TradingView. Ihr braucht ja gar nicht diese Software dazu. Das heißt, ihr könnt bei unserer ganzen Arbeit auch, und das ist immer mein Anliegen, unabhängig agieren. Und euch schon die Signale raussuchen und dann sehen, wo passt das mit Elliot Wave zusammen? Wo haben wir Widersprüche? Wir wären die ganze Zeit im Markt gewesen. Es gab nicht einen Moment, wo wir der Meinung gewesen wären, der Trend ist zu Ende. Und der Abstand ist immer größer geworden zum Kursverlauf. Und der ist immer noch intakt, was den Tagesschart angeht. Immer noch. Und jetzt guckt man sich den auf allen Ebenen an. Das ist der langfristige. Hier ist der intakt. Was sehen wir hier? Das ist der 4-Stunden-Chart. Der ist intakt. Der hat den rote, hat hier an dieser Stelle den nicht durchbrochen. Das letzte Signal war hier oben. Da waren wir im 4-Stunden-Chart short. Laut den Candles sogar schon früher. Hier ist der rote noch mal kurz durch den violetten gegangen. Da hat das System hier schon einen grünen Teil gemacht. Das wäre ein False Break gewesen. Das hier, weil als zweites Kriterium hätte ich ja erst die weißen Bars noch abgewartet. Und das hier sind Bars, die noch ein Dort und eine Lunte haben. Hier wäre ich erst eingestiegen, wenn die nächste Kerze unten einen Boden gehabt hätte. Das ist das Schöne bei den Heikin Aschis, weil die zeigen ein geglättetes Bild. Die nehmen das Rauschen raus und die werden ganz anders berechnet als die anderen Candles. Und immer dann, wenn wir dann so eine Art Doji bekommen, um das mal in dieser Sprache auszudrücken, dann sehen wir, oh, da geht was zu Ende. Deswegen wäre ich hier vorsichtig gewesen, ich habe es ja nicht gehandelt. Und dann hätte ich plötzlich gemerkt, oh, es wird ja schwarz. Und dann kam plötzlich an dieser Stelle hier der rote dazu. Und der ging wieder von oben nach unten durch den Violetten. Und den hätten wir dann dort mitgenommen. Das war ein Vierstundenstart. Auch hier aktuelle Lage. Hier, schaut mal, was das hier für eine Monsterwolke ist. Die zieht sich hier durch und die wird dicker. Das ist noch nicht zu Ende. Das können wir daran sehen. Weil das ist die Frage, die meistgestellte Frage. Wie weit läuft das denn noch? Ja, und das beantworten wir jetzt dann zukünftig auf diese Weise. Zugegeben, hinter der Bezahlschranke. Aber jeder kann für nur 10 Euro im Monat die er überwinden. Aber wenn ihr vernünftige Qualität haben wollt, dann erwarte ich das auch ganz einfach. So, das wäre jetzt der Vierstundenschart gewesen. Was hätte er im Stundenschart gesagt? Denn wir bekommen ja jetzt die ersten Hinweise so langsam. Ja, aber auch hier. Hier das erste Signal hat sich nicht gelohnt. Man hätte aber auch nichts verloren, wenn man hier eingestiegen wäre. Angenommen, hier ging der Kurs nach ihr, war schwarz. Dann kam die erste weiße Kerze, aber mit dort und lunte. Hier kam die zweite Kerze, die erste, die also den Boden hatte. Und ich wäre dann erst bei dieser Kerze, nachdem die ausgebildet ist, die vorherige, wäre ich eingestiegen hier. Und hätte meinen Kurs, Entschuldigung, meinen Stopp unter diese Kerze gesetzt hier. Nicht hier unten hin, sondern direkt unter diese Kerze. Da kann man zwar rausfliegen, aber da verlierst du 2,50 Euro oder sowas. Wir sind hier im Stundenschart, das ist nicht viel. Also wir wären erstmal drin gewesen. Nur, was ich jetzt hier nicht sehen kann, ist, vorher schon, ob das jetzt ein starker Trend wird oder nur ein kurzer Trend. Im weiteren Verlauf konnte man das dann aber auch sehen, weil die Kerzenkörper wurden immer kleiner, kleiner, kleiner. Und das weist darauf hin, dass dieser Trend keine Kraft hatte. Und dann bei der ersten schwarzen oder eigentlich bei der zweiten schwarzen Kerze wäre ich ausgestiegen. Also hätte ich hier keinen Verlust-Trade gemacht. Dann wäre ich aber hier entweder schon reingegangen, aber ich habe den Filter rote Wolke und sage, nee, weißt du was, ich warte erst, bis der durch die Wolke durch ist. Und hier wäre es erst richtig bullig geworden, wenn er nach oben durch die Wolke durchgestochen wäre. Das heißt, wir hatten hier schon ein weiteres Indiz, dass hier ein Widerstand liegt. Den hat er nicht genommen. Und das war doch nicht mal ein starker Widerstand. Das ging runter. Und genau an dem Punkt, wo der Kurs die Wolke verlässt, kommt auch gleichzeitig der rote Indikator durch den violetten. Und wir kriegen ein Verkaufssignal und wären dann spätestens hier genau wieder in dem Moment eingestiegen. Und wir wären nach unten gegangen. Und das kannst du in jedem Markt dir anschauen. Und die ersten zarten Blüten eines Trendwechsels, die siehst du natürlich dann letzten Endes im 15-Minuten-Chart. Hier hat er jetzt am Freitag nochmal kurz ein grünes Kaufsignal generiert. Das heißt, der rote läuft von unten durch den Violettenen. Also der Tenkanzen durch den Kiyunzhen. Von unten nach oben. Und wir sehen, aha, da geht was. Wir sehen aber noch, dass hier noch schwarze Kerzen sind. Also sind wir vorsichtig. Wir sehen ferner, dass hier die Kerzenkörper fast nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, die nächste Kerze könnte jetzt eine weiße werden. Wenn die übernächste Kerze dann einen glatten Boden hat, warten wir die noch ab. Und die Kerze danach handeln wir dann. Aber nur, wenn sich das bestätigt. Hier, der Widerstand ist sehr gering. Da könnten wir durchkommen. Aber, wie sich durch Elliot Wave abzeichnet, rechnen wir hier mit einer kleinen, ich muss zugeben, einer sehr kleinen Welle 4. Deswegen ist das vermutlich noch kein starker Trend. Das heißt, wenn hier die Kerzen nicht lange Körper kriegen, dann lassen wir den hier sausen. Und wir gehen auch erst rein, wenn der hier durch ist. Wenn der hier an dieser Stelle ist. Wenn wir dann aber schon sehen, dass die Kerzenkörper schon wieder schwarz werden. Oder wir so einen kleinen, dünnen, weißen haben. So was wie hier, da vorne. Dann gehen wir gar nicht erst in den Markt rein. Sondern nur, wenn das Momentum stimmt. Normalerweise arbeitet man mit unterschiedlichen Indikatoren. Die relative Stärke, die Divergenz, die Storrestics. Wir nehmen noch ein CCI dazu. Sucht euch was aus. Die Bollinger Bänder, die auch hier mit harmonieren würden. Aber das muss ich ja jetzt gar nicht haben. Das heißt, ganz viele Leute, die handeln, haben ihren Bildschirm vollgeproppt mit Indikatoren. Die unterhalb oder überhalb des Charts liegen und die ganze Sicht versperren. Ich meine, RSI ist nicht schlecht. Den kann man dazu nehmen, wenn man das will. Jeder macht das, wie er will. Ich lasse ihn jetzt nur hier raus. Weil ich sehe, alles was ich brauche, alles was ich brauche, als Overlay in diesem Bild. Und erfasse mit meinem Auge auf einen einzigen Blick genau was passiert und kann sofort reagieren. Ich bekomme Signale nur mit einer ganz, ganz kleinen Latenz. Dafür sorgen die Heikin Aschis. Und der einzige wirkliche Indikator der Ishimoku Kinko Hiyo ist in der Lage, die Dinge schon in die Zukunft zu projizieren. Das, was Elliot Wave auch macht. Deswegen sind das keine nachlaufenden Indikatoren, wie Trendfolgeindikatoren. Nein, wir haben vorauslaufende. Und das ist nochmal ein Unterschied. Deswegen, das hat bisher noch keiner gemacht, glaube ich. Also nicht in der Öffentlichkeit. Was jemand zu Hause tut, weiß ich nicht oder im Büro. Elliot Wave damit zu kombinieren mit den Heikin Aschis, mit dem Ishimoku und daraus die Schlüsse zu ziehen. Das versetzt uns in die Lage, hier Unglaubliches zu machen. Und das alles mit einem Programm, was ihr sogar selber bei euch einbauen könnt. Also das heißt, ihr müsst nicht dieses Programm, diese Software haben. Die ist nur so geil, weil ich nutze dafür jetzt einfach nur noch den Auto Elliot Wave, damit ich mich auf die Signale konzentrieren kann und nicht jedes Mal hier wieder mit der Hand Wellen berechnen muss. Der wirft zwar auch falsche Signale aus, aber das machen die anderen Indikatoren ja auch. Kein Indikator trifft ja immer. Wir werden auch bei den Heikin Aschis, werden wir Fehlsignale haben. Wir werden auch Fehlsignale haben beim Ishimoku und auch beim Elliot Wave. Wenn wir aber alle drei zusammen nehmen und dann die Indikatoren auswerten und dann auch filtern, mithilfe der Cloud zum Beispiel, dann erhalten wir eine Wahrscheinlichkeit für einen Handel, der unübertroffen ist. So, das ist jetzt erst mal mein Statement dazu. Wenn jemand jetzt noch im Chat Fragen dazu stellen will, dann können wir das gerne tun. Ansonsten ist das die Methode, mit der wir die Märkte angehen. Wir werden trotzdem ganz normal diese Übersichten haben hier. Das heißt, wir werden noch den Livestream haben. Das wird sich nicht ändern. Aber der Unterschied ab Montag, quasi ab morgen, dem 6. Februar ist, dass der Livestream nur noch für Kanalmitglieder ist. Ich möchte hier einfach nicht die ganzen Leute dabei haben, denen es zu viel ist, ein Zehner rauszugeben für solche Informationen. Die braucht keiner. Aber deswegen gebe ich diese Informationen hier in der Öffentlichkeit preis, damit man zumindest eine Grundlage hat für eine Entscheidung, ob sich eine Kanalmitgliedschaft lohnt. Und bei YouTube ist der große Vorteil, man kann die zeitlich begrenzen und man kann die jederzeit kündigen. Das heißt also, es gibt hier keine Abo-Falle oder sowas. Wenn du jetzt zum Beispiel bei einem bekannten Haus im süddeutschen Raum so ein LJDF-Abo abschließt, dann zahlst du im Voraus. Und wenn du merkst, die Analysen sind ja gar nicht so entgeil, wie ich das jetzt gedacht habe, dann ist die Kohle trotzdem weg. Dann wird zum Ende des Zeitraums dein Abo beendet. Das war's. Sowas gibt es hier nicht. Außerdem gehen 30% meiner Einnahmen an YouTube. Ja, Conny, du hast vollkommen recht. Aber das Geile ist, dieses Setup hier. Du gehst in einen Markt rein, guckst dir den US- oder japanischen Yen an, der lädt dir das Ding. Und dann gehst du einfach immer vom Groben zum Feinen. Das ist immer die Regel Nummer 1. Du fängst immer im Langfristigen an und gehst von dort aus in den Kurzfristigeren rein. Erst den Tagesschart, dann hier die 4 Stunden, aber der lädt mir jetzt zu lange, das mache ich jetzt nicht weiter. Und er vergisst manchmal auch seine Einstellung, wie wir gerade gesehen haben, dann fehlt mir der Ishimoku halt. Aber dann kann ich den wieder rein machen, dann ist das wieder gut. Ja, man verschafft sich erstmal das große Bild und dann kann man auf Anhieb sehen, das große Bild harmoniert mit dieser Zählweise. Was natürlich jetzt, und das muss ich ja ganz klar sagen, Conny, für meine Analyse im Moment, die ich gemacht habe, gar nicht so prickelnd aussieht. Das müssen wir ja nun mal so konstatieren. So, und so fängt man an. Ja, und man muss das jetzt nicht übers Knie brechen. Man kann das auch mal gelegentlich einfach ausblenden, damit das nicht so stört. Das Schöne ist zum Beispiel, das will ich euch kurz zeigen, wenn ich das jetzt alles ausblende, dann zeigt er mir trotzdem noch hier die Dreiecke an. Die habe ich drin gelassen, das heißt, hier, das hier war ein Falschsignal hier, da wäre ich aber jetzt auch aufgrund der Kerzenlage nicht eingestiegen. Und genau hier, wo der auf die Supportzone aufgesetzt hat, die Kerze hatte noch ein Docht, die nächste nicht mehr. Die nächste, da wäre ich eingestiegen und gleichzeitig kam die grüne. Das heißt, hier wäre unser Kaufsignal gewesen. Wir hätten gar nicht darüber diskutiert, was macht die Welle. Wir hätten gesehen, wir sind außerhalb der Wolke. Er gibt ein Signal. Er gibt, die Kerze gibt ein Signal. Und hier in dem Fall jetzt, der Auto-Eliot gibt ein Signal. Das heißt, ich gehe schon jetzt eine Umstellung meiner ganzen Geschichte rein. Ich werde etwas stärker arbeiten. Zumindest in dieser Übersicht, die wir jetzt hier haben, hier werde ich stärker arbeiten mit dem Auto-Eliot-Wave. Weil da liegt der Fokus darauf, Signale zu generieren und die sofort auszuführen und euch zu sagen. So, wenn da jetzt keine weiteren Fragen sind, dann kommen wir zum Ende. Das funktioniert für jeden Markt, für den wir Kurse haben. Auch für Aktien-Einzelwerte. Kein Problem. Weil da ist ja auch immer die Frage, vor einem Event, wenn jetzt Earnings rauskommen zum Beispiel. Oder wir haben jetzt gerade eine Fettsitzung oder, oder, oder. Dann macht das auch Sinn zu schauen, was machen alle meine Indikatoren unterm Strich und dann treffen wir unsere Entscheidung. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt erstmal diesen Stream beenden. Es gibt nachher einen frischen Stream für die Kanalmitglieder. Nicht mehr öffentlich. Danke fürs Zuschauen. Ja, dann frag noch. Du hast auch eine Frage zu Linien. Welche Frage hast du? Welche Frage hast du? Ja, die Aschis, die machen ja kein Buy-Sell. Das Buy-Sell kommt ja nicht durch die Aschis, sondern durch den Ishimoku. Die Aschis hast du in jeder Handelsplattform. Ja, die, die gibt es eigentlich bei jeder Plattform. Ne, und da hast du einfach die Candles. Die hast du da und die reichen auch. Dann hast du schon mal etwas Wichtiges auf jeden Fall. Und bei Tradingview weiß ich nicht, was du meinst jetzt, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt schon mal die Aufnahme aus für die Leute, die jetzt das Video im Nachgang schauen, damit die nicht hier noch eine halbe Stunde festgehalten werden. Und wir können dann hier noch ein bisschen plaudern. Ich sage allen Zuschauern Tschüss und freue mich auf eure Kanalmitgliedschaft. Bis dann. Wir sehen uns vielleicht im Livestream morgen. Tschüss.